Ich bin der lebende Beweis, dass es ein ganz normaler Typ vom schlechtesten Zustand seines Lebens zum besten Zustand seines Lebens schaffen kann. Und wenn es der faule Schmieder schaffen kann, dann kann es wirklich jeder. Jürgen Schmieder ist USA-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er ist Bestsellerautor und Meister des Selbstversuchs. Er hat zum Beispiel mal ein Jahr lang alle möglichen Religionen ausprobiert oder 40 Tage lang in der Fastenzeit nicht gelogen, sondern allen die ungeschminkte Wahrheit ins Gesicht gesagt. Einen jedoch hat er belogen und zwar sich selbst in Bezug auf seine eigene Gesundheit. Und das hätte ihn vor zwei Jahren fast das Leben gekostet. Da hat er nämlich einen diabetischen Schockerlitten. Meine Frau sagte, du siehst nicht gut aus. Und damit ging es nicht um Attraktivität oder dass ich zu dick wäre, sondern ich sagte, schau mal, du hast ein ganz graues Gesicht. Also dann hast du auch diese ungesunden Augen, glasige Augen. Und ich wollte es nicht hören. Ich habe immer gesagt, nee. Wenn ich vor den Spiegel ging, Bauch einziehen, Wangen einziehen. Und dann sagt man so, naja, grundsätzlich ist ja alles in Ordnung. Dann gehst du zum Arzt. Der Arzt sagte, naja, also dass Sie Knieprobleme haben. Sie haben 20 Kilo Übergewicht. Sie brauchen sich nicht wundern. Dann dachte ich mir immer, ach, der Arzt ist doch doof. Mit 35 hat jeder Knieprobleme. Also ich habe mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben schön geredet bis zu dem Punkt, an dem es kein Schönreden mehr ging. Also es gab es nicht mehr. Ich bin einfach umgefallen. Und wenn dir dann die Ärztin sagt, dein Blutzuckerwert ist 980, 110 ist normal und dieser HbA1-Wert, der normal zwischen 5,5 und 6 ist, ab 12 stirbst du, 13,2. Wenn dir dann gezeigt wird, es ist quasi notariell beglaubigt, wie schlimm es mit dir gekommen ist, wird dir bewusst, okay, ich habe mir jetzt wirklich 12 Monate lang was vorgegaukelt. Und das ist schlimm. Hätte es denn wirklich ganz klare Anzeichen dafür gegeben, dass Sie Diabetes haben? Ja, also ich habe ja wirklich während Covid 10, 15 Kilo zugenommen. Also das ist schon mal das erste Anzeichen, wo du sagst, das ist eine Gewichtstunahme, wo du jetzt nicht sagst, 2 Kilo, 3 Kilo ist schon okay, sondern richtig viel meine Laune. Ich war so aggressiv und depressiv auch. Und ich habe mir dann, wie gesagt, eingeredet, naja, während Covid sind wir alle ein bisschen aggro, geht uns ja gerade nicht gut, wir müssen viel aushalten, wir alle sind ein bisschen depressiv. Anstatt, wenn du diese roten Punkte verbunden hättest und dann einfach gegoogelt hättest, wo du sagst, Gewichtszunahme, trockene Lippen, ich habe dauernd Durst. Also wenn ich all diese Symptome einfach mal bei Google eingegeben hätte, wäre ich einfach ganz oben gestanden, mein Freund, du bist Diabetiker, geh zum Arzt. Das Verrückte ist ja, dass Sie Journalist sind und sonst immer akribisch recherchieren. In Bezug auf die eigene Gesundheit haben Sie es nie gemacht. Es ist so eine Krankheit, dass man immer bei anderen sehr akribisch recherchiert. Man schaut auch bei anderen sehr gern hin, oh schau mal, er hat aber hier 5 Kilo zugenommen. Also bei anderen schaut man gern hin, bei sich selber schaut man gerne weg. Sie haben auch als Journalist gearbeitet, als Sie diesen diabetischen Schokoladen haben. Sie waren an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das irgendwo in the middle of nowhere in Mexiko war, um über die erste Kreuzfahrt nach Corona zu berichten. Und sind dann nachts wach geworden, von was? Also der letzte Abend war Thanksgiving in Amerika, wo so dieses Völlereifest ist. Das mit dem Truthahn, genau. Das mit dem Truthahn und wir waren tatsächlich in sieben Restaurants den Tag über und haben quasi richtig gefressen, weil es ging. Und es war ja auch schön, irgendwie so nach Covid, oh jetzt dürfen wir wieder in ein Restaurant gehen und das war ganz toll. Und ich bin tatsächlich eingeschlafen. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes dieses Koma verschlafen. Während dieses Komas verlierst du unglaublich viel Wasser, weil du schwitzt wie ein Schwein. Und ich habe mich anscheinend vorm Aufwachen übergeben. Also ich bin dann so um, ich weiß gar nicht, 6, 6,30 war es, aufgewacht, komplett durchgeschwitzt, von oben bis unten vollgekotzt, weil ich mich im Schlaf quasi übergeben habe. Ich habe nichts mehr gesehen. Also ich habe tatsächlich, als hättest du dicke Milchgläser auf meine Augen und ich dachte mir am Anfang, wo bin ich? Also ich dachte tatsächlich, ich bin tot, weil ich so, wow. Dann habe ich so gerochen, dann habe ich gesagt, okay, der Himmel kann es nicht sein, weil so stinkt es nur in der Hölle. Und ich dachte wirklich, okay, also du bist jetzt an einem komplett anderen Ort. Habe dann so aus Panik geschrien und als ich schreien anfange, kriege ich einen ganz Körperkrampf, weil ich so dehydriert war, dass quasi der ganze Körper so zuckt und ich so, okay. Und dann kommst du so langsam zu dir und merkst, okay, ich bin nicht gestorben, aber irgendwas ist hier ganz gewaltig nicht in Ordnung. Und ja, sie hatten insofern Glück, als dass ihre Frau auch noch an Bord war und sie dann gefunden hat und dann natürlich alle medizinischen Notfallmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Aber damit war es ja nicht getan, sondern sie sagen, die zwei Monate, die danach kamen, das waren wirklich die schlimmsten meines Lebens. Was war da so schlimm? Ja, weil also diese Nacht überstehst du ja, weil da geht es irgendwie ums Überleben. Und wie du sagst, diesen Unfall, den schafft man schon. Es war danach relativ klar, die Ärztin sagte, du bist noch lang nicht über dem Berg. Also es kann noch was passieren. Das mit der Sicht war wegen der Diabetes, ich war in den zwei Monaten danach von 2,0 Dioptrin-Weitsicht zu 1,75 Dioptrin-Kurzsicht. Ist das geschwankt, manchmal innerhalb eines Tages. Was bedeutet, ich hätte so acht verschiedene Brillen, die ich immer aufgesetzt habe, um irgendwas zu sehen. Was aber bedeutet, es war nie richtig klar. Stell dir vor, du siehst nie gut. Das bedeutet, wenn ich aufgestanden bin und irgendwo hingegangen bin, war mir dauernd schwindelig. Das heißt, ich habe mich pro Tag immer noch sechs, sieben Mal übergeben. Wenn du das aber tust, hast du keine Energie mehr. Du kannst nichts essen, ich konnte nicht gehen. Also ich lag zwei Monate lang auf der Couch und ein 500 Meter Spaziergang war alles, was ging. Und dann kam diese ganz schreckliche Erkenntnis, wenn jetzt ein Erdbeben kommt, bin nicht nur ich der, der meiner Familie nicht helfen kann, sondern meine Frau wird mich ins Auto tragen müssen. Und dann liegst du auf der Couch und sagst, also so hilflos war ich in meinem Leben noch nie. Also genau das Gegenteil von Freiheit. Ich brauchte die Hilfe von anderen. Und dann sagst du, ich bin 40, ich sollte fit sein. Ich sollte doch irgendwie der starke Typ in der Familie sein. Und dann merkst du so, okay, ich bin jetzt dieses kleine hilflose Stück, das wirklich nichts mehr kann. Und dann wirst du natürlich auch geistig so, boah, wenn du dich so richtig, richtig hilflos fühlst. Heute sagen Sie, das war mein Arschtritt ins Glück, so heißt auch das Buch, das Sie veröffentlicht haben und in dem Sie offen über Ihr Leben davor und danach berichten. Wieso sagen Sie heute, das war mein Arschtritt ins Glück? Es wird tatsächlich im Nachhinein betrachtet der schönste Moment meines Lebens, weil ich dadurch aufgewacht bin. Es gibt in Amerika gibt es einen Spruch, it didn't happen to me, it happened for me. Also mir ist nichts passiert, es ist für mich passiert, es ist mir was Gutes passiert. Und auch das ist so eine Botschaft an die Leser, wenn dir was Schlechtes passiert, vielleicht ist es gar nichts Schlechtes. Vielleicht ist es wirklich so ein Weckruf, den du gebraucht hast. Oder vielleicht ist es so ein Schubser oder in meinem Fall ein Arschtritt in die richtige Richtung. Und jetzt zwei Jahre später kann ich sagen, ohne diesen Arschtritt wäre ich wahrscheinlich nicht auf diesen Pfad gekommen. Ich hätte nach wie vor irgendwie gesagt, naja, es passt schon irgendwie. Und dieser Weckruf hat mich so auf diesen Weg geführt, wo ich sage, wir sitzen uns jetzt hier gegenüber und ich könnte nicht glücklicher sein. Und da sagt man, okay, vielleicht braucht ein Mensch manchmal so einen Arschtritt. Habt ihr das auch mal erlebt, dass sich euer Leben scheinbar zum Schlechten gewendet hat? Aber dann hat sich das im Nachhinein als großes Glück rausgestellt? Teilt das gerne mit uns in den Kommentaren. Jürgen Schmieder jedenfalls ist heute 30 Kilo leichter und topfit. Und er ist sich sicher, wenn er das geschafft hat, dann können wir das alle schaffen. Ich bin der lebende Beweis, dass es ein ganz normaler Typ vom schlechtesten Zustand seines Lebens zum besten Zustand seines Lebens schaffen kann. Und wenn es der faule Schmieder schaffen kann, dann kann es wirklich jeder. Und das ist die große Botschaft an alle, die vielleicht jetzt so ein bisschen verzweifeln. Ich sage jedem, schreibt mir eine Mail, wenn ihr angefangen habt. Ich beantworte wirklich jede Mail, weil es einfacher ist, wenn wir es miteinander machen. Ich freue mich über jede Erfolgsgeschichte von einem Zuhörer oder Leser. Das ist ein super Angebot, finde ich. Diäterfahrung hatten Sie ja zur Genüge. Gewicht war schon lange ein Thema für Sie. Sie hatten in der Süddeutschen die Kolumne Mein Bauch gehört mir. Und haben auch schon 2008 ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht, in dem Sie ein Jahr lang alle möglichen Diäten ausprobiert haben. Von der Brigitte-Diät bis zur Pia-Diät. Wie sehen Sie das heute im Rückblick? Wenn ihr ein richtig schlechtes Buch lesen wollt, dann kauft dieses Buch. Und ich glaube, dieses Buch ist der Beweis, was für ein Idiot ich war. Und damals ging es ja wirklich nicht darum, gesund zu sein oder glücklich zu sein, sondern es ging wirklich darum, Gewicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem bei vielen, die gar nicht schauen, wie kann ich gesund sein, wie kann es mir besser gehen, sondern die stellen sich auf die Waage und sagen, da müssen jetzt 10 Kilo runter und zwar so schnell wie möglich. Deshalb, dieses Buch ist der Beweis, was für ein Idiot ich war. Und dass diese Diäten nicht nachhaltig sind. Heute sagt Jürgen Schmiede, wenn du dauerhaft gesund leben möchtest, dann brauchst du erstmal das richtige Mindset. Das heißt, du musst wissen, wofür du das überhaupt möchtest. In seinem Fall ist es so, dass er noch viele Dinge mit seinem Sohn unternehmen möchte und auch später gerne mit seinen Enkeln, sodass er bis ins hohe Alter hinein beweglich bleiben möchte. Außerdem sagt er, es reicht nicht zu sagen, Gesundheit muss für mich auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, sondern man muss sich das wirklich bildlich klar machen. Ihm persönlich hat da ein Bild geholfen, das ihm eine Ernährungspsychologin mit auf den Weg gegeben hat. Es gibt ein Marmeladeglas und womit füllst du es? Also es gibt Golfbälle, es gibt Murmeln, es gibt Sand und jetzt füllst man mit Golfbällen. Und dann sagst du, okay, das Ding ist eigentlich voll. Als wenn du aber die Murmeln nimmst, sagst du, ein paar Murmeln haben immer noch Platz. Ich sage, es ist voll. Na komm, Sand geht auch noch rein. Was uns aber oft passiert, wir füllen es zuerst mit Sand. Und wenn du dieses Ding erst mit Sand füllst, passt nichts anderes mehr rein. Und ich verstehe es, weil... Und die Golfbälle wären dann das, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Golfbälle sind die wirklich wichtigen Dinge. Also für Familie. Gesundheit, Familie, kann auch der Job sein, weil finanzielle Sicherheit ist wichtig. Die Murmeln sind so die Sachen, die einem wichtig sind, aber wo du jetzt sagst, ich sterbe nicht, wenn es weg wäre. Also so gute Freunde, weggehendes Hobby, wo ich jetzt sage, ich spiele gern Fußball, aber wenn ich jetzt nicht mehr Fußball spielen dürfte, wäre schade, aber ich würde jetzt deshalb nicht sterben. Und Sand ist alles andere. Der Kleinkram im Leben. Der Kleinkram. Und jetzt, wenn man sich aber mal überlegt, woran man so den ganzen Tag denken muss, gerade die letzten fünf Jahre. Also es gibt sehr, sehr viel auszuhalten. Ich glaube, die Menschen sind gerade sehr, sehr viel beschäftigt mit Dingen. Wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, ist es wirklich so wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass du auf Social Media noch eine Stunde scrollst? Ist es wirklich wichtig, dass du mit irgendeinem Fremden auf Twitter eine politische Debatte führst? Es ist doch unfassbar anstrengend. Und was bringt es dir und der Welt, wenn du mit einem Fremden eine politische Debatte auf Twitter anstößt? Aber ich verstehe es natürlich. Also es gibt viel, viel, viel zu tun. Und wir denken immer, oh, jetzt muss ich aber noch zum Geburtstag der Nachbarin. Oder jetzt muss ich dem Idioten sagen, dass er politisch falsch liegt. Und anstatt zu sagen, schau mal, diese zwei Stunden, ist es nicht verschwendet? Kannst du die zwei Stunden nicht auf etwas Wichtigeres verwenden? Und ich habe es ja im eigenen Leib erlebt, wo immer war alles wichtiger, alles wichtiger als die Gesundheit. Und plötzlich gibt es nichts Wichtigeres mehr, weil du fast gestorben wärst. Und da ist mein Rat, schau doch mal, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und du wirst merken, es heißt ja immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, warum kümmerst du dich dann so wenig drum? Sie haben ein Ernährungstagebuch erst mal geführt, um zu sehen, ja, wie ist mein Essverhalten? Was läuft falsch? Auch etwas, was man vermutlich allen raten kann, das mal auszuprobieren. Wie lange muss man sowas führen, die Erkenntnisse zu gewinnen? Ich habe mit einer Woche angefangen. Und es reicht tatsächlich so, schreib mal eine Woche auf. Was isst du denn so? Und schreib dann neben, warum? Und wenn das steht, weil ich jetzt Bock auf eine Pizza hatte, okay. Was kam denn bei Ihnen raus beim Warum? Sehr viel Süßigkeiten habe ich gegessen, weil ich gestresst war oder Belohnung brauchte. Und bei gestresst kam eine ganz wichtige Erkenntnis. Immer wenn Leute, die mich runterzogen, wenn ich schon wusste, es wird ein Anruf kommen, es kommt ein unangenehmes Gespräch, habe ich am Abend vorher eine Tafel Schokolade gegessen. Weil ich schon so gestresst war vor diesem Anruf, vor dieser E-Mail, vor dieser Aufgabe. Dann während der Aufgabe oder während des Telefonats eine Tüte Gummibären. Und danach habe ich mich so geärgert, dass ich noch drei Nutella-Toasts gegessen habe. Und dann sagte die Psychologin, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verzichten auf Süßes, kann ich Ihnen nicht sagen, Sie gehen auf Entzug. Oder Sie schauen, dass Sie diese Triggermomente wegkriegen. Also so dieser typische pavlovsche Hund, wenn es klingelt, läuft ihm zusammen. Und sie sagte, bei dir ist es ähnlich, wenn dein Gehirn dir sagt Stress, fängst du das Fressen an. Und ich so, boah, wie mache ich das denn? Und dann sagte sie, wir leben im Jahr 2023, damals, jetzt ist es 2024. Du kannst Leuten sagen, so kannst du nicht mit mir umgehen. Du kannst Leuten eine E-Mail schreiben und sagen, schau mal, ich bin auch wegen dir krank. Oder wegen unserer Beziehung. Du musst ja nicht beleidigend zu der anderen Person sein, aber du kannst eine klare Grenze ziehen. Du kannst sagen, so kannst du nicht mit mir reden. Man kann auch Stressmomente reduzieren. Wie haben die Leute denn reagiert, denen Sie das gesagt haben? Erstaunlicherweise alle positiv oder gar nicht. Also die Leute, denen ich gesagt habe, so geht es nicht, lass uns professionell miteinander umgehen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ich unfähig bin, inkompetent und was weiß ich. So geht es nicht. Und ich glaube, wir sind mittlerweile so gesellschaftlich an einem Punkt, an dem es möglich ist. Wenn du ganz klar sagst, ich muss mich hier schützen. Und ich habe aber auch keinen Vorwurf gemacht. Also ich habe schon gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, wie du mit mir kommunizierst. Aber ich habe immer so eine Lösung angeboten. Ich habe immer gesagt, lass uns professionell miteinander umgehen. Wir haben nur noch miteinander zu tun, wenn es sein muss. Und ich habe aber manche Leute auch aus meinem Leben entfernt. Aber für Sie war ja klar, es muss irgendwie eine Möglichkeit der Entstressung geben in meinem Leben. Also ich muss auch gucken, dass ich in meinen ohnehin schon vollen Zeitplan auch noch Einheiten einbaue, die mich entstressen. Was haben Sie da gemacht? Eine Stunde am Tag gehört mir. Punkt. Es ist tatsächlich, das Erste ist die Erkenntnis, die Welt dreht sich weiter, wenn ich nicht da bin. Also man hört ja immer so, oh, wenn ich mein Handy nicht neben mir liegen habe, dann passiert mir irgendwas. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr euer Handy mal drei Stunden abschaltet? Nix. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr mal einen Termin verpasst, mal einen Text, in meinem Fall, ich bin Journalist, mal einen Text nicht schreibt und ehrlich dem Vorgesetzten schreibt, es geht heute nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft und jetzt ist meine Zeit rum. Ich muss mich jetzt um meinen Sohn kümmern. In neun von zehn Fällen wird euer Chef zurückschreiben, verstehe ich. Arbeit dann, wenn es wirklich geht. Also wirklich, setz eine Grenze und lass nicht so viel Stress zu. Und das Zweite ist Entspannung oder die Demi-Time, wie man sagt, gehört zu meinem Kalender dazu. Warum denn nicht? Also jetzt haben wir doch gerade gesagt, Gesundheit ist so ein Golfball. Dann ist diese Stunde am Tag, ist ein Termin für mich. Mach einen Termin mit dir selber, wo du dich um dich selber kümmerst. Diese Stunde wäre dann auch zum Beispiel einfach eine Stunde, in der sie Sport machen. Also das wäre dann auch diese Verabredung mit sich selbst, oder? Ja. Was du mit dieser Stunde machst, ist deine freie Entscheidung. Wenn ich frei entscheide, jetzt gehe ich zum Sport. Cool. Wenn ich aber sage, ich bin trotzdem eine faule Sau, ich esse trotzdem einen Burger und esse trotzdem Cola, dann habe ich aber auch keine Ausrede mehr. Dann kann ich keinen verantwortlich machen, dann kann ich nicht sagen, oh, ich habe zu viel Stress, oh, mein Sohn will schon wieder was von mir. Sondern ich sage, hey, du hast eine Stunde, anderthalb für dich. Wenn du entscheidest, was Schlechtes in dieser Stunde zu machen, dann ist es deine Entscheidung. Und psychologisch ist es ganz interessant, wenn du niemandem die Verantwortung für deine Fehler oder für deinen Versagen oder für irgendwas geben kannst, wirst du plötzlich so aktiv. Weil ich bin viel zu stolz. Wenn zu mir jemand sagt, schuld daran, dass du ungesund bist, bist du. Nee, das will ich nicht sein. Aber es geht ja bei Bewegung nicht nur um dieses Bewusst-Sport-Machen, sondern sie haben eben, weil sie einen dicht getränkten Zeitplan haben, auch durchaus versucht, so im Alltag immer mal wieder zwischendurch was einzubauen. Wenn sie gewartet haben zum Beispiel auf den Sohn irgendwo. Was haben sie da zum Beispiel gemacht? Das war ein Trick von meinem Nachbarn. Der ist Fitnesstrainer und der sagte, schau mal, wie viel Leerlauf du eigentlich am Tag hast. Also diese leeren 15, 20, 30 Minuten, wo du Berufstätige am Flughafen, am Gate warten. Wenn du deinen Sohn ins Eishockey-Training bei mir fährst und sagst, okay, jetzt habe ich 20 Minuten, die ich im Auto warte, was mache ich denn eigentlich? Und ganz komisch, der pavlovsche Reflex von uns heutzutage ist, wir greifen zum Handy und schauen irgendwas an. Und der sagte, nutze diese Leerlauf-Minuten doch, hab ein Widerstandsband dabei und mach Schulterübungen. Nein, den nicht. Wenn du, und das Lustige war, ich bin ja von L.A. nach München geflogen und hab im Flieger angefangen, so Dehnübungen und Widerstandsbandübungen zu machen. Mit diesen Terrabänder da. So Terrabänder vorm Klo. Und da kam eine Frau und sagte, was machen Sie denn da? Ich hab mich so ein bisschen geschämt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt so der Idiot, der sich hier bewegt. Und ich so, naja, ich mach hier so ein paar Übungen, weil wir sitzen ja hier elf Stunden rum. Weißt du, was die sagte? Leute, hast du noch ein zweites Band? Und ich so, ja natürlich, ich hab ein paar dabei. Dann waren wir zu zweit und der Sitz vor mir war frei. Es endete darin, dass ich all meine Bänder, ich hab so einen Ball, mit dem man so einen Rücken klemmen kann, hab ich dann da hingelegt und hab quasi so eine Halbankündigung im Flug gemacht. Ey, wer die benutzen will, soll die machen. Und ich glaub, es haben 13, 14 Leute, haben sich dieses Band geholt und haben einfach ein paar Übungen gemacht. Und das zeigt doch, wir alle haben so diese langweiligen Momente. Und statt aufs Handy zu schauen und irgendwas zu scrollen, tu doch was für dich selber. Und dann sagst du, schau mal, so hab ich eigentlich eine viertelhalbe Stunde gewonnen, die sowieso verloren gewesen wäre. Tu doch in dieser viertelhalben Stunde ein bisschen was für dich selber. Und klar ist, im Team geht alles leichter. Deshalb rät Jürgen Schmieder, geh aus deiner eigenen Komfortzone raus und such dir gezielt Leute, die dich unterstützen. Dann hörte ich ein Freund, der wollte auch unbedingt abnehmen. Und ich so, hey, lass uns dieses Projekt miteinander machen. Und der sagt, nee, ich mag jetzt nicht. Ich so, das bist du nur für ein Hornochse. Also wir erwarten immer, dass unsere besten Freunde ihr Leben auf uns ausrichten. Und das ist aber nicht so. Die führen ihr eigenes Leben und das muss man akzeptieren. Dann bin ich in so ein Fitnessstudio gegangen und hab mir so einen angeschaut und hab gesagt, du bist jetzt so wie ich, oder? Willst du auch ein bisschen abnehmen? Und ich so, wer bist denn du eigentlich? Also wir hatten noch nie miteinander zu tun. Und er so, Matt. Und jetzt zwei Jahre später ist das einer meiner besten Freunde, weil wir über einen Sport festgestellt haben, es gibt noch andere Gemeinsamkeiten. Und ich treibe jetzt so einen Sport, der heißt Pickleball. Da kann man mixed spielen. Das ist so wie Tennis und Tischtennis und Sports gemixt. Genau, so ein Misch aus Tennis und Tischtennis. Das sind USA sehr beliebt. Genau, da bist du relativ aktiv. Meine Frau, könnte nichts Schlimmeres sein. Ich spiele aber jetzt mixt mit einer gleichalterigen Frau. Das ist jetzt so, meine Frau sagt, das ist deine Pickleball-Ehefrau. Auch mit der, ich hab mit der nichts gemeinsam. Ich war mit der noch nie essen. Also wir waren mal beim Turnier und dann haben wir gemeinsam Abend gegessen. Ich weiß von der nichts. Unsere Gemeinsamkeit ist, wir treiben miteinander Sport. Und es ist doch völlig okay. Und so mein Rat an Leute ist, man ist oft so in seiner Welt gefangen und ich hab nur meine Freunde. Geht raus und sucht euch Gleichgesinnte. Sprecht die an. Du ahnst nicht, wie viele Leute darauf warten, dass sie jemand anspricht und sagt, sollen wir gemeinsam trainieren. Wirklich in neun von zehn Fällen sagen die, boah Gott sei Dank, ich wünsche mir auch, ich wünsche mir einen Partner. Habt ihr auch mal die Erfahrung gemacht, dass im Team vieles leichter zu erreichen ist und dass es sich dabei auch lohnt, mal über den eigenen Schatten zu springen und Leute, die man nicht so gut kennt, anzuquatschen? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über euren Daumen hoch. Oder erst recht, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch kein spannendes Video mehr. Zum Beispiel das mit Professor Dr. Kleine-Gunk, der euch erzählen kann, welche Lebensmittel euch richtig gut tun.